Hallo, grüßt euch hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Björn und ich freue mich, dass ihr da seid. Heute mal ein Video zum Thema Geschenktipp für Radler, E-Biker, Biker, wie immer mit und ohne Strom. Einfach, denke ich, eine schöne Säge in unserer vorweihnachtlichen Adventszeit. Heute habe ich mal für euch was aus meiner Werkstatt, was ich wirklich letzten Tage, Wochen und Monate und Jahre wirklich lieben gelernt habe, vernünftiges Werkzeug. Wenn ihr selber schrauben wollt oder mal selber schrauben müsst, dann kommt das Thema Werkzeug relativ schnell auf den Plan. Und da habe ich jetzt mittlerweile genügend Werkzeuge durch, die von der Qualität weniger gut waren, aber jetzt wirklich habe ich etwas gefunden. Vom Prinzip, ich bekomme dafür kein Geld, das ist vom Prinzip rein nur eine kleine Empfehlung, was ich mir wirklich zugelegt habe und ich richtig klasse finde. Hier handelt es um die Inbus-Schlüssel von Inbus, also vom Prinzip die Originalen quasi, haben eine super, super gute Verarbeitungsqualität, nutze ich verdammt gern. Haben auch genügend Stabilität, man kann sie in beide Richtungen nutzen, sowohl als Schraubendreher oder im Kraftbruch einfach am längeren Seite, am längeren Hebel, einfach mal auch um eine Pedale zu lösen. Problemlos machbar, finde ich klasse, nutze ich auch immer wieder gern. Die gibt es in zwei Ausführungen, einmal als Inbus-Schlüssel, wo man es klassisch kennt, als Innensechskant, gibt es aber auch als Torx-Schlüssel, wenn ich wirklich auch Torx-Schrauben am Bike lösen muss, gibt es mittlerweile auch genügend. Gerade mal neben mir verlinke ich euch gerade mal die Seite von dem Hersteller mit den passenden Schlüsseln dazu. Ihr könnt wie immer beide Schlüssel unten in der Videobeschreibung anschauen, habe ich sie beide verlinkt, da könnt ihr mal schauen, was auch was für euch wäre zum Schrauben am Bike. Ich denke, damit kann man sich immer noch ein kleines Geschenk machen, sich selber oder sich schenken lassen, je nachdem, wie es dann dementsprechend ist und ich finde sie einfach nur von der Qualität super gut wie rum. In diesem Video, ich habe davon keinen Sponsoring und keine Kooperation dahinter, das ist einfach nur, was ich gerade nutze an Werkzeugen, die ich richtig klasse finde da dafür. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis morgen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.